Guatemala, glühendes Herz Lateinamerikas. Tropische Natur, gewaltige Berge, 4000 Jahre Geschichte. Menschen voller Herzlichkeit und Wärme. Das ist das Land unseres Cafés. Zehn Monate reift unser Café, bis er sorgsam und von Hand verlesen wird. Das feuchte Mikroklima, die mineralreichen Böden und die sorgsame Pflege der Sträucher lassen hier einen Gourmet-Café der Spitzenklasse getragen. Volle Aromen nach Schokolade und Karamell, duftige Noten nach Pekannnuss und eine feine Säure machen den Café zu einem Hochgenuss. Wir kaufen diesen Lagen-Café ausschließlich und direkt bei den Kleinbauern des Dorfes Lampukoi und bezahlen dafür einen fairen Preis. Wir helfen der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, dem Gesundheitsposten mit Medikamenten und den Bauern bei der Verbesserung der Infrastruktur. Wir sind das ganze Jahr vor Ort und kontrollieren Anbau, Ernte und Verarbeitung. Und wir dokumentieren unsere Arbeit für unsere Kunden in Filmen, Fotos und einem monatlich erscheinenden Informationsbrief. Auch bei der Weiterverarbeitung achten wir auf die Einhaltung der internationalen Qualitätsstandards. Ohne Zwischenhändler kommt der Café direkt zu Ihnen nach Deutschland. Lagen-Café aus Lampukoi. Umweltfreundlich, sozialverträglich, nachhaltig. Lagen-Café aus Lampukoi. Jäger verentschöne einklamatisch Schicksalau. Vielen Dank.